Bevor das Video startet, hier ein bisschen Eigenwerbung. Im Januar hatte ich ja ein Infovideo hochgeladen, wo es um die Copyright-Geschichte ging und ich einen Zweitkanal zur Sicherheit erstellt habe. Damals wusste ich noch nicht, ob ich dort Videos hochladen werde oder nicht. Tatsächlich habe ich dort Videos wie Real Life Stories, Real Talks, Clips und so weiter veröffentlicht. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal supportet. Dort kommen regelmäßig neue Videos, Link ganz oben in der Videobeschreibung und nun viel Spaß mit dem Video. In der heutigen News-Folge geht es um Portugal Grand Prix wird wohl in Portimao gefahren, Ferrari mit neuem Motor und Getriebe in Österreich, Andy Cole verlässt Mercedes-AMG HPP. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Der Grand Prix von Portugal soll Gerüchten zur Folge sehr nah am Rennkalender für 2020 sein. Da drei Grand Prix aus dem Kalender fallen, muss sich die Formel 1 zwischen Imola, Mugello, Hockenheim und Portimao entscheiden. Die Rennstrecke in der Region Algarve scheint die nächstgelegene zu sein. Selbst die lokalen Schlagzeilen schreiben schon Formel 1 Meisterschaft in Portimao garantiert. Jedenfalls wird es am 27. September und am 4. Oktober zu einem Doubleheader kommen und wenn man einen Grand Prix in Italien in Imola oder Mugello dazu packt, gibt es sogar einen Tripleheader. Allerdings sollte am 27. September der Russland Grand Prix stattfinden, vielleicht sogar als Doubleheader. 2008 und 2009 fanden auf dem Kurs Formel 1 Test statt und der letzte Grand Prix datiert aus dem Jahre 1997, damals aber in Estoril. Eine Entscheidung werde aber erst Mitte Juli fallen. Was haltet ihr von einem wahrscheinlichen Portugal Grand Prix in Portimao? Schreibt es in die Kommentare. Am Montag kam noch eine Meldung, dass der Grand Prix im Oktober mit Zuschauern ausgerichtet werden soll. 50 bis 60 Prozent der Gesamtkapazität sollen zugelassen werden. Dabei soll noch Arbeiten am Asphalt durchgeführt werden. Laut italienischen Medien soll die Scuderia zum Saisonstart in Österreich einen 15 bis 20 PS stärkeren Motor dabei haben, wo es Verbesserungen gegeben haben soll. Dieses Gerücht gab es bereits vor Wochen. Das sind etwa 0,2 bis 0,3 Sekunden in Österreich und es kommen wohl ein paar kleinere aerodynamische Updates. Die Motorenspezifikation lautet 0,62-2. Laut anfänglichen Haltbarkeitsproblemen hat das Aggregat den Zuverlässigkeitstest bestanden. Das neue Getriebe soll nicht das gleiche Flexibilitätsproblem haben, denn es soll dafür sorgen, ohne Untersteuern in der Kurvenmitte zu fahren, was seit 2019 das Problem war. Motorenchef Andy Cowell verlässt Mercedes-AMG High-Performance-Powertrains im Juli nach 16 Jahren. Er sucht sich eine neue Herausforderung im Ingenieurwesen. Ein Führungsteam von diesen vier Leuten soll die Leitung der Motorenabteilung übernehmen. Cowell wird mit Thomas als Übergang zusammenarbeiten und Mercedes bis Anfang 2021 bei einem künftigen Großprojekt beraten. Kommen wir zu Mikes Meinung. Wenn der Portugal Grand Prix in Portimao stattfindet, wäre das doch gut, da die Formel 1 dort seit über zehn Jahren nicht gefahren ist. Bisher gab es dort zwar nur Testfahrten, aber gut. Ich wage aber zu bezweifeln, dass dort Zuschauer im Oktober an die Rennstrecke dürfen und mindestens die Hälfte? Daran glaube ich nicht wirklich, aber wir werden sehen, wie sich der Veranstalter entscheidet. Das mit dem Ferrari-Motor und Getriebe klingt für jeden Ferrari-Fan da draußen doch gut, aber bevor wir alle zu sehr in Euphorie ausbrechen, lasst uns erstmal die ersten Rennen fahren und dann sehen wir weiter. Die Nachricht mit Andy Cowell kam doch sehr überraschend, obwohl er Mercedes intern schon seit Januar mitgeteilt hat, dass er gehen wird. Ich wünsche ihm viel Erfolg in der Zukunft. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Zordix. Er schreibt, Im Prinzip ja, und da wird auch der Front- und Heckflügel niedriger gestellt, aber ich stelle mir eine einzige Frage. Da das Infilt ja nicht gefahren wird, gibt es ja eine DRS-Zone weniger. Glaubt ihr, dass es auf dem 3,664 Kilometer langen Kurs nach Kurve Nummer 9 zu einer dritten DRS-Zone kommt? Schreibt es in die Kommentare. Bevor ihr fragt, ich bin mir relativ sicher, dass sowohl diese Streckenvariante genauso wie Portimo nicht im F1 2020 Game sein wird. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.